Hallo liebe Filmefreunde, ich bin es wieder euer Jack Haze Forever 101 und ja, ich melde mich so mal nach etwas längerer Dürrezeit ab und zu mal ein paar Videos oder Streams zu machen, aber nach etwas längerer und größerer Dürrezeit möchte ich wieder mich zurückmelden mit mehr Videos einfach, mein Output, euer Input für ein paar schöne Sachen einfach, bald mache ich wieder ein großes Mega-Update, denn mir fehlen noch viele Sachen, dann kann ich wieder ein schönes Mega-Update machen. Ob ich es doch in einem Stream mache oder ob ich es in so einem Video mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, in diesem Video möchte ich euch drei Editionen vorstellen. Wenn ich die immer in die Kamera halte, dann werde ich immer sehr oft gefragt, was sind das für Editionen? Die gefallen mir? Wie sehen die aus? Was ist das beinhaltet? Das bekomme ich immer wieder zu hören und in diesem Fall habe ich mir jetzt mal ein Herz genommen und habe gesagt, komm, die sind drei Editionen. Es sind zwei Horrorreihen und eine Kindheitsserie. Diese Horrorreihen und diese Kindheitsserie stellst du mal vor, was alles enthalten ist, was alles da schön ist. Ähm, ja. Anfangen werde ich jetzt erstmal mit meiner Kindheitsserie. Ganz klar, äh, das war meine zweitliebste Kindheitsserie nach Sailor Moon, wie ihr ja wisst. Und ähm, ja, das ist Teenage Mutant Ninja Turtles. Das ist die 25-jährige Jubiläums Collector's Edition. Erstmal so. Vorne, ganz typische Zeichnungen von den Turtles. Contains all four original movies. Ja, four wird hier. Denn, es wird, es wird hier nicht nur der, ähm, die ersten drei gezeigt. Nein, auch der animierte Film, die ich eigentlich noch nicht mal schlecht fand. Fand ich richtig gut sogar. Ähm, wird hier mit mir jetzt eingezeigt. Also, Tier Man T. Ähm, sonst, wie gesagt, die ersten drei Teile aus den 80ern-90ern, die man ja sowieso liebt. Ähm, ja. Also, vorne sieht so aus. An der Seite wird nochmal, sieht man dann hier alle vier Titel. Auch hier sieht man die. Unten, äh, sind nur ein paar Logos. Und hinten sieht das so aus. Hinten, ähm, sieht man auch alles, was enthalten ist. Einfach hier oben das Bild, dann hier Inhalt, äh, Bilder und die Spezifikation. Ganz wichtig, wenn ihr euch diese vorlegt. Die ist nicht teuer, habe ich nachgesehen. Das ist eine US-Box, kostet zwischen 10 und 15, zwischen 10 und 15 Euro. Ähm, ist wie gesagt nicht teuer, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ganz wichtig, aber wenn ihr euch die holen wollt, keine deutsche Sprache dabei. Man kann sie allerdings auch, ich spiel sie auf der Playstation 3 ab, man kann sie auch abspielen auf einer Playstation zum Beispiel. Deswegen kann man sich das holen. Wie gesagt, wenn ihr in der englischen Sprache mächtig seid, kein deutscher, äh, keine deutsche Sprache, kein deutscher Untertitel. Deswegen, also, wenn ihr die holen wollt, müsst ihr darauf dann achten. Was alles da in der Zeitlist, zeige ich euch mal, da haben wir dann erstmal so eine schöne kleine Turtles-Beanie. Schön für Winter. Warte mal, ich nehme mal kurz ab hier. Sehen wir, ob es passt. Yo, passt. Yo. Ähm, ja. Wie ich schon sagte, mit einem schönen kleinen Beanie hier. Oder Hoodie. So. Von Turtles of Resident Evil. Wie man das ja so bei mir kennt. Dann haben wir hier natürlich erstmal noch einen kleinen Werbeeinleger. Auch zu einem Spiel. Dann, was haben wenn wir hier noch. Wir haben, ähm, dann auch nochmal alle vier, ja, Titelschriften. Wir haben hier auch dann noch so ein kleines Comic. Also das ist wirklich Comic. Mit Zeichnungen. Ähm, so sieht das aus. Auch nur auf Englisch. Und hier wird sogar der erste Titel. Hier wird sogar der erste Teil. Ähm, als kleines in Comics, äh, Handlung getan. Auch sehr schön. Und dann haben wir hier eine kleine, ja, so ein Umschlag. Guck mal, was finden wir da runter? Ach so, ja. Die Kinokarte zu TMNT, weil ich war ja damals ja im Kino. So, was ist enthalten in diesem Post, äh, Umschlag? Da haben wir hier eine Zeichnung mit der Unterschrift von Kevin Eastman. Einmal. Ich schreibe es mal ein bisschen näher. Und so, und dann haben wir hier Charakterkarten. Ähm, natürlich dann auch, ähm, Leonardo. Michelangelo. Donatello. Mein Lieblingscharakter. Würde mich mal interessieren, was ist euer Lieblingscharakter von den Turtles? Also meiner ist ja Donatello. Und dann haben wir hier noch Raphael. So, und dann, äh, geht es natürlich noch weiter mit Splitter. Ach ja, und hinten stehen dann auch, wie schon sagte, Charakterinformationen. Deswegen, also, die Größe dieses Gewicht, ähm, Geburtsdatum, äh, favorisiertes Essen, Hobbys bei Splinter, was ist bei allen so. Ja, bei allen so. Äh, bei den Turtles sind sogar noch die Waffen dabei. Ähm, ja, und dann noch so ein paar kleine Informationen. Also, so sieht jede Charakterkarte aus. Nämlich, so, dann mach ich mal weiter mit den Charakterkarten. Dann haben wir hier, ja, natürlich, unsere beliebte Fernsehreporterin April. Hier aus dem dritten Teil, wo ich sie nicht so mach. Ja, der Rückzeit ist sowieso etwas komisch. Ja, und dann natürlich Mr. Casey Jones. Und natürlich Mr. Schrottfresser, Mr. Schrottfresser und wie sie ihn alle so bezeichnet haben, Bosner von Buster ist und ich sag so, der Schräder. Ja, das ist so alles in dieser Edition enthalten. Äh, ich mach das jetzt was später mit dem zusammen. So, und jetzt zeig ich euch, wie das hier drin aufgebaut ist. Nämlich, wie eine Pizzaschachtel. Und die Dinger sind auch wie Pizza gemacht, die Discs. Also Teil 1 und Teil 2 hier oben, Teil 3 und TMNT hier unten. Ja, das ist die US-Bots von TMNT. Wie gesagt, ist nicht teuer. 10, 15 Euro im amerikanischen Amazon zum Beispiel. Jetzt nur als zum Beispiel genannt. Und deswegen. So. Dann, habe ich hier auch wieder aus Armee. Äh, also die meisten. Die ganzen Sachen habe ich von einem Kumpel bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür gezahlt habe. Ich zeig euch, ich sag euch jetzt nur mal diesen aktuellen Preis. Ähm, wie viel sie zum Beispiel bei Amazon kosten. Diese Fassung kann ich euch jetzt nicht so zeigen, wie bei Turtles. Weil die noch reingeschweißt ist und die bleibt auch reingeschweißt, weil das eine richtig schöne, feine Edition ist. Das ist die Halloween-Fassung. Fassung. Mit der Michael Myers Maske. 30-jährige Jubiläums Commemorative Set. Frag mich. Moment. Wüsste ich jetzt nicht, was das heißt. Ähm. Hier an den Seiten auch nochmal mit paar Bildern. Genauso wie hier. Hier oben dann auch nochmal Jamie Lee Curtis und unten diese Batszene. So. Und hinten sehen wir dann. Sieht es dann so aus. Ähm. Ja. Richtig fein. Auf 20.000 Stück limitiert. Ich habe hier 14.992. Also das geht wie gesagt hier um diese Edition. Das ist eine richtig schöne, feine Edition. diese. Ähm. Habe ich in einem anderen Video gesehen von einem Amerikaner. So. Irgendwie sehr, sehr plastikhaltig sein. Einfach. Die Maske auch. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Dann natürlich hier oben noch ein bisschen. So ein bisschen Inhalt. So. Und jetzt. Was hier alles drin ist. Das ist wirklich sagenhaft. Aber. Das ist keine DVD. Also es ist keine Blu-Ray. Meist ich. Es ist DVD. Also darauf musst du achten. Was hier dabei ist. Ist einmal. Der erste Teil von. Wie soll das doch was anderes sein. Halloween natürlich. Ähm. Hier ist die einzige Blu-Ray. Die hier drin ist. Es ist nochmal der. Äh. Ist nochmal Halloween. Also der erste Teil. Also der erste Teil in DVD und Blu-Ray sogar. Dann der Extended Cut vom ersten Teil. Allerdings wieder auf DVD. Alles jetzt wieder auf DVD. Halloween. Die äh Dokumentation 25 Years of Terror. Befindet sich hier drin. Ähm. Und dann noch Teil 4 und Teil 5. Also The Return of Michael Myers and Revenge of Michael Myers. Das ist alles in dieser schönen Box enthalten. Ähm. Ist jetzt auch noch im Preis recht moderat. Sagen wir es so. Mit 116 Euro umgerechnet. Also 127 Dollar kostet. Äh. US-Dollar kostet das Ding. 116 Euro. Wüsst ihr noch versendet wahrscheinlich auch aufgerechnet. Dann wisst ihr das. Ja. Kann. Weiß nicht. Ob es jetzt abspielbar ist. Weiß ich nicht. Denn. Das bleibt eingeschweißt. Weil das ist eine eine der schönsten Edition die ich habe. Und deswegen die will ich hier definitiv behalten auch. Und ähm. Ja. Bleibt bei mir. Ist eine schöne Eyecatcher. Vor allen Dingen mit dieser Maske. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wer das als Eyecatcher auch haben will. Wie gesagt. 130 US-Dollar. Also 116 Euro. Kostet diese schöne Box hier. Ob es abspielbar ist. Müsst ihr selbst sehen. So. Und jetzt kommen wir wohl. Ja. Zur kurzen Edition. Und. Ich bin froh dass ich eine bekommen habe. Ich habe definitiv viel weniger bezahlt. Das kann ich schon mal sagen. Als ähm. Über meinen Kumpel. Und das ist hier. Wirklich die Oberkrönung. Es geht um diesen Kerl da. Nämlich. Um Jason fucking Wolkies. Ja. Es geht um diese Box hier. Das ist die Freitag der 13. Collection Box. Alles auf Blu-Ray. Alles allerdings R-Rated. Also keine Unrated oder irgendwie so dabei. Und deswegen. Ja. Deswegen. Müsst ihr da vorsichtig sein. Es gibt hier auch keinen deutschen Ton. Und auch keine deutschen Untertitel. Muss man auch wieder vorberücksichtigen. Was hier sehr schön ist. Das ist hier geprägt. Also. Man sieht. Man sieht es ja auch hier schon. Wenn ich das auch schon so halte. Dass man das. Dass das hier alles geprägt ist. Sehr schön. Danach gibt es hier so eine schöne Pop-Banderole. Das nehme ich jetzt mal kurz ab. Und ähm. So sieht das hinten aus. Ja. Ähm. Hier. Die ganzen Teile. Die drin sind. Plus eine Bonus-CD. Mit ähm. Killer-Bonus-Defoli. Das ist die einzige Sache. Die man nicht abspielen kann. Alle anderen Teile kannst du abspielen. Da kann man abspielen. Das ist sehr sehr geil. Ähm. Ja. Wie ich schon gesagt habe. Alle R-Rated Filme. Allerdings. Keins auf Deutsch. Nur Englisch. Müsst ihr darauf achten. Ja. Und dann natürlich. The most shocking Slasher Film Series ever. Is now the ultimate Blu-Ray Collection. Und es ist wirklich eine perfekte Collection. Also. Perfekter geht es nicht. Ja. Wir haben hier erstmal ein schön Metal Case. Also schön stabil erstmal. Schön schön. Wo die ganzen Filme drin sind. So. Was haben wir denn hier drin? Einiges an Stuff. Wir haben hier. Einmal ein. Ja. Guide. Für alle Teile. Das ist Crystal Lake Memories. Hier wird nochmal alles über die Teile. Einzelnen Teile erzählt. Und deswegen. Also dieser Film ist schon mal. Also dieses Extra ist auch schon mal richtig nice. Kann ich schon mal sagen. Dann haben wir hier. Ein. Ein. Ja. Aufnäher. Für Camp Crystal Lake. So Camp-Counselor. Für den Camp Crystal Lake. Was ich auch schon mal sehr sehr nice finde. Und. Jetzt kommt's. Oder warte mal. Achso. Ja. Ich wollte es sagen. Ja. 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 Ist sowieso abgelaufen. Könnt ihr versuchen. Aber ist sowieso abgelaufen. 3D-Greise sind so ein Bonus. Äh. Ja. Für. Und. Äh. Für. Unterladen. Dann so ein. Ja. Lummi-Band. Wo das. Das. Das alles zusammenhält. So. Und jetzt. Und das ist ja wirklich mein. Das. Eines. Als ich das gesehen habe. Wow. Geil. 3D-Bilden für den dritten Teil. Ja. Du kannst den dritten Teil in 3D sehen. Leider nur in dieser Sache. Bisschen ungewohnt. Aber. Nun gut. Ja. Und. Jetzt. Ähm. Stell ich euch nochmal das Inleben des Magic Cases vor. Das ist das hier. Ja. Nur der Kopf. Man sieht auch hier ein bisschen. Äh. Bisschen oben. Dass das hier eine See bedeuten soll. Ja. So ist das Magic Case aufgebaut. Leider aber auch sehr sehr Fingerabdrucklastig. Also. Ähm. Ich will es jetzt noch nicht weiter anfassen. Denn jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Nämlich. Zu den Filmen. Das ist hier. In dem hier. Das sieht aus wie ein Buch. Ist es. Leicht auch. Ähm. Wenn man das so halt. Auch hier wieder. Unten ist. Und hier oben. Mein Titel leicht geprägt. Hier unten steht die Complete Collection. Und. Ja. Dann haben wir hier. Die große 13. Die Unglücks 13. Meine Lieblingszahl. Ähm. Nach diesem Film. Dann haben wir hier. Den ersten Teil. So. Und wie er schon Pamela Warhees. Und wie ihr ja schon sieht. Hier. Sind die aufbewahrt. In dieser Sache. Ähm. Ich hätte eigentlich jetzt nicht so pralle. Aber. Nun gut. Ähm. Dann haben wir hier den zweiten Teil. Auch wieder. Hier an der Seite. Ich muss es jetzt ja nicht jedes Mal zeigen. Jetzt weiß man es ja wo man sie liebt. Der dritte Teil. Der vierte Teil ist der Fungal Chapter. Und hier. Das ist die erste. Wo ähm. Teil 5 und Teil 6 drin ist. Auf einer CD. Hier sieht man es. Die habe ich jetzt mal ganz kurz rausgenommen. Einfach. Um das euch zu zeigen. Denn. So sieht es auch. Jetzt in den folgenden Teilen aus. Teil 7 und Teil 8. Und dann natürlich jetzt hier das. Was es auch einzeln zu kaufen gibt. In so einer Sache. Teil 9 und Teil 10. Ähm. Auf einer CD. In so einer Fassung gibt es die auch einzeln. Allerdings auch wieder nur R-Rated. Ja. Und dann natürlich. Hier hinten dann wieder auch. Allerdings einzeln. Freddy, Bruce's Jason. Ja. Und dann kommen wir hier zum Remake. Ja. Für mich wirklich ein gelungenes Remake. Fand ich es sehr gut. Aber auch wieder mit ein paar Schwächen natürlich dabei. So. Und dann haben wir hinten die Killer Bonus DVD. Das ist die einzige CD, die nicht abspielbar ist. Deswegen. Ähm. Hier auf so einer PS. Auf meiner PS3. Ähm. Kann ich die leider nicht abspielen. Ja. Das war diese US-Box, um die nicht viele immer fragen. Und jetzt haltet ihr euch fest. Der Preis für diese Box. Beläuft sich. Auf 350 US-Dollar. Das sind 321 Euro. Wenn man die holt. Muss man einiges einchecken. Viel Geld. Keine deutsche Sprache. Ähm. Hatten wir da noch was? Ja. Und ach ja, R-Rated. Ja. Das war die, mal die endlich große Vorstellung von diesen 3 Editionen. Ich hoffe, ich konnte euch diese 3 Editionen mal richtig schon ein bisschen mehr näher bringen. Ähm. Wenn ihr die ein oder andere haben wollt, müsst ihr entweder wenig oder viel Geld reinleihen. Wie zum Beispiel bei Freitag. In diesem Sinne. Ähm. Ich habe fertig. Ähm. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer JackHace4Ever01. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag.